Dass der Digital Service Act hier in Europa zuschlägt, das wissen wir ja. Ihr habt ja sicherlich auch vielleicht mein Video angeschaut, wo ich über die Verhaftung von Pavel Durr, dem Chef der Telegram-Plattform, hier berichtet habe. Und diese Verhaftung hat tatsächlich für ordentlich Wirbel hier gesorgt. Und es gibt hier zwei recht prominente Personen, die sich ebenfalls dazu geäußert haben. Und einer hat sogar die Koffer nun gepackt und hat mal direkt Europa verlassen. Und damit herzlich willkommen hier bei Warum.Kritisch. Mein Name ist Will. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für dieses kleine Video. Starten wir mal mit Elon Musk. Elon Musk hat natürlich auch auf die Verhaftung von Pavel Durr hier reagiert, natürlich auf seiner Plattform X. Aber bevor wir zu seiner Reaktion kommen, möchte ich euch auch mitteilen, dass Robert F. Kennedy Jr. ebenfalls auf X-Sicht zu der Verhaftung von Pavel Durr geäußert hat. Und er ist der Meinung, die Verteidigung der Meinungsfreiheit war noch nie so wichtig wie in der heutigen Zeit. Ob das Ganze tatsächlich hier durch Erfolg gekrönt sein könnte, ist die große Frage. Denn Europa könnte durchaus hier, ich sag mal, ein bisschen ins Hintertreffen geraten, wenn die eine oder andere Plattform nach und nach hier verschwindet. Das ist für uns Europäer sicherlich nicht unbedingt gut. Und es beginnen ja schon die Ersten, sich darauf vorzubereiten, indem sie ihre User auffordern, ihnen eine E-Mail zukommen zu lassen, damit man die entsprechenden Leute halt eben per Newsletter informieren kann, was es denn so Neues in dieser Welt gibt. Ob wir auch hier dazu übergehen müssen, das bleibt noch abzuwarten. Ich bin da natürlich auch in einer gewissen Halb-Acht-Stellung. Aber gut, wir kommen jetzt erstmal zu der Meinung von Elon Musk. Und Elon Musk kommentierte die Verhaftung von Pavel Durr recht ironisch. Und er sagte, es ist 2030 in Europa und du wirst hingerichtet, weil du einen Memc likest. Elon Musk scheint sich im Übrigen sicher zu sein, dass Telegram-Gründer Pavel Durroth vom System bekämpft werden soll, weil er sich weigert, den Zensurforderungen der EU nachzugeben. Auf X schreibt Musk weiter, indem er die deutsche Bloggerin Naomi Seib zitiert, warum Facebook-Gründer Mark Zuckerberg nicht verhaftet wird. Ganz einfach, weil er den Druck der Zensur bereits nachgegeben hat. Bei Instagram gibt es ein massives Problem mit der Ausbeutung von Kindern. Doch Sack wurde nie verhaftet, weil er die freie Meinungsäußerung zensiert und Regierungen durch die Hintertür Zugang zu Nutzerdaten gewährt. Schon sehr eigenartig, oder? Und ein zweiter recht bekannter IT-Unternehmer, er hat ebenfalls auf die Verhaftung von Pavel Durroth reagiert. Denn er hat nun fluchtartig am heutigen Sonntag Europa verlassen, Köfferchen gepackt und ist dann von dann gezogen. Das ist Chris Pawlowski, der Gründer von Rumble. Rumble ist ebenfalls eine Videoplattform. Und man muss schon sagen, Rumble hat in den letzten vier Jahren hier enorm an Wachstum gewinnen können. Warum, dazu kommen wir später noch. Und Chris Pawlowski hat sich ebenfalls geäußert zu der Verhaftung von Pavel Durroth. Chris Pawlowski war zum Zeitpunkt der Verhaftung tatsächlich noch in Paris. Die Frage ist natürlich, warum hat der Chef von Rumble, Chris Pawlowski, Frankreich jetzt so überstürzt hier verlassen? Dazu äußert sich Chris Pawlowski wie folgt. Frankreich habe Rumble ebenfalls schon bedroht. Aber nun habe die Regierung von Frankreich eine rote Linie überschritten, indem sie den CEO von Telegram verhaftet hat, weil er nicht zensiert. Jetzt müssen wir natürlich eins wissen. Das Ganze hängt natürlich nicht nur an Frankreich. Denn das Ganze kommt natürlich von der EU. Den Digital Service Act, der ja nun in Kraft getreten ist. Und Frankreich schreitet ordentlich voran. Deutschland macht das sicherlich auch. Rumble, so schreibt Chris Pawlowski weiter, werde sich dieses Verhalten der Regierung nicht gefallen lassen und mit allen rechtlichen Mitteln für das Recht auf freie Meinungsäußerung, was ein universelles Menschenrecht sei, kämpfen. Und im November 2022 teilte Pawlowski bereits mit, dass die französische Regierung von Rumble verlangt habe, russische Quellen zu blockieren. Aber Chris Pawlowski hat sich geweigert, dieser Forderung nachzukommen. Und er schreibt, ich zitiere, Wie Elon Musk werde ich unsere Pfeiler der Meinungsfreiheit nicht für eine ausländische Regierung verschieben. Und er teilte auch mit, dass er Rumble in Frankreich komplett abgeschaltet habe, weil der französische Markt für Rumble nicht wichtig sei. Das Unternehmen werde aber die Rechtmäßigkeit der französischen Forderung anfechten, so Pawlowski weiter. Rumble ist, wie gesagt, seit vier Jahren sehr, sehr erfolgreich als Videoplattform. Warum seit vier Jahren? Vielleicht könnt ihr euch das denken. Vor vier Jahren war es für sehr kritische Videos schwierig, bei YouTube hier sich platzieren zu können. Also ich selbst habe das auch erlebt. Ich habe einen Verweis bekommen sozusagen. Und andere Creator wurden sogar gesperrt, mussten dann rechtlich wieder dafür Sorge tragen, dass die Sperrung aufgehoben wurde. Warum? Ja, wenn man sich vor vier Jahren sehr kritisch zu den Maßnahmen, den politischen Maßnahmen und den Auflagen hier geäußert hat, dann war es wirklich sehr schwierig, das Ganze bei YouTube zu tun. Und deswegen gingen sehr viele damals hin und haben ihre Videos dann bei Rumble veröffentlicht. Das ging also oder geht immer noch recht unkompliziert. Und von daher ist Rumble natürlich einer der wenigen Videoplattformen für sehr, sehr kritischen Content. Das muss man ganz klar so sagen. Es gibt sicherlich noch die ein oder andere. Aber Rumble ist tatsächlich schon einer derjenigen Plattformen, die sehr weit vorne die Nase haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es hervorragend, wenn Chris Pawlowski versucht, tatsächlich diese Forderung der französischen Regierung, die eine oder andere Zensur vorzunehmen, beziehungsweise hier auch russische Quellen knallhart zu sensieren, dass er da rechtlich gegen vorgehen möchte. Ob das von Erfolg gekrönt sein könnte, ist eine völlig andere Frage. Und die Frage, die man sich natürlich hier auch in Europa stellen muss, Welche Auswirkungen könnte das denn haben, mittel- oder langfristig, wenn der Digital Service Act hier in Europa tatsächlich immer mehr um sich greift? Werden wir irgendwann wirklich abgeschnitten von der sonstigen übrigen Welt, indem wir bestimmte Plattformen nicht mehr hier bekommen in Europa? Da gibt es ja sicherlich einige Möglichkeiten, wie man dann doch noch YouTube oder Rumble nutzen kann oder X, auch wenn diese Plattformen möglicherweise hier in Deutschland abgeschaltet werden sollten. Oder man kann bei YouTube demnächst nur noch Katzenvideos sehen, wäre ja auch noch so eine Möglichkeit. Ich habe keine Katze, ich habe einen Hund, aber trotzdem wählt es nicht unbedingt so meins. Und unser Hund würde wahrscheinlich nur schlafen oder bellen oder futtern. Also auch nicht wirklich so interessant. Aber gut, es ist eine schwierige Phase, in der wir, glaube ich, alle uns befinden. Und vielleicht ein kleiner Hinweis, habe ich heute noch kurz nochmal nachgelesen. Dieter Nuhr hat sich ja auch sehr kritisch in einer seiner Sendungen über die Statistik, die rausgegeben wurde bezüglich der ganzen Messerangriffe. Und er sagte, naja, man solle das ja nicht so weit veröffentlichen oder bekannt geben, welcher Nationalität denn die meisten Messerangriffe seien. Denn das würde ja nur den Rechten hier in die Hand spielen. Und diese etwas plumpe Aussage, die hat nun dazu geführt, dass Dieter Nuhr wohl auch nun ein Fall für den Rundfunkrat hier ist. Das ist nun auch bestätigt. Und es gibt sogar einige Politiker aus den unterschiedlichen Parteien, die sind der Meinung, man müsse Dieter Nuhr einfach nur mal abschalten, mundtot machen, einfach nicht mehr auf Sendung lassen. Ja, das ist Deutschland, das ist möglicherweise auch unsere aller Zukunft. Ich freue mich immer sehr auf eure Meinung und wünsche euch noch einen zauberhaften Tag. Bis auf ganz recht bald. Tschüss, eure Lil. Tschüss.